Zimmer 408, Frau Machand. Machand ist unverändert. Dann von Kovac auch. Kovac auch unverändert. Weißt du, wer mich gestern angerufen hat? Wer denn? Der Schneider. Wer für Schneider? Der Herr Doktor Schneider. Und was macht der? Bla, bla, wie es mir geht, was ich mache, ob es mir gut geht, ob ich eh noch immer schwimmen gehe. Ich dachte, da ist irgendwas Wichtiges, ich habe eigentlich keine Zeit. Die Frau Reichholt? Die Frau Reichholt hat zweimal erbrochen. Der geht es gar nicht gut. Dann sagt er plötzlich, ah ja, Frau Keinrath, ich werde mich in ein paar Stunden wieder melden, auf Wiederhören. Dann ist eine schöne Frau angekommen, keine Ahnung. Die Frau Zipfel? Die Frau Zipfel wird morgen entlassen. Enkelin, glaube ich, holt sie ab, gell? Echt, das lieb. Ja, ja, das lieb. Und dann ruft er tatsächlich ein paar Stunden später wieder an. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Eure Riegel. Das weiß noch niemand. Nein, jetzt. Nun ist alles so, wie es ist. Jetzt gehen wir mal schlafen. Komm jetzt. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Mhm. Ja, ich bin da. Ja, ich bin da. ?! Ich bin da. Über die Teile.